Pflanzenzauber Pflanzenzauber mit Wolf-Dieter Stoll Ein meditativer und inspirierender Streifzug durch die Welt der Pflanzen Ihre Heilwirkungen und der Geschichten rund um sie herum Ein sehr persönlicher Blick auf die Natur Auf die Rituale, die uns mit ihr verbinden können Und auf eine Lebensweise, die uns in unserer Umwelt unser wahres Zuhause finden lässt Wolf-Dieter Stoll zaubert schöne Bilder in unsere Seelen Und lässt diese tief in uns verwurzeln Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank!